Hallo und jetzt Willkommen zurück, ich bin immer noch bei diesem kleinen Wimmelbild und äh ja das Holzflug der Wuff Wuff der Wuff der Watter Ring da drinnen Glocke ist nicht da. Ich habe die Angelrote und die kann ich bebrauchen, denn ich habe die Lupe. Die Stiefel, die Zwiebel, die Maske, ich habe die auch, Trauben, nein, das ist ein Kirchen, ich habe das ein Kirchen, eine Gießkanne, eine Gießkanne, wiederbekommen und übersehen, da ist er. Auch dahinten. Und, wo ist denn noch da Glocke und Küchen, ich habe, wo ist hier am Glocke? Nur mal in die Kiste schauen. Und die Küchen, da wird direkt nebeneinander, finde ich gut. Ja, die Angelrote, yeah, nach draußen, an diesem Bach, und jetzt an mir. Und sieben Schlüssel, oder was auch immer da so, eine Zange. Und da rein. Jetzt können wir das raus, da ist ein Schlüssel. Vierecke geschlüsselt, aber. So, wo war da Vierecke geschlüsselt, ist der da, oder? Ein paar Träger, wenn ich kehrscharfe. So, da unten rechts ist es reingegangen. So, hier war es doch genau. Ein Herz, das ist die Karte, wenn wir den da hinten hin, weil nicht der Grabstein. Und jetzt auf jeden Fall laufen. Hier. Genau. Und jetzt. Das ist da. Ah, ha. Slowpro was geht ab. Absolut. Alter! Alter, mein Gott, ey. Ein Wimmelbild, so, der Dosenöffner, Zwiebel, jetzt mal wieder einen groben Überblick verschaffen. Der Griff, der Griff da, Softbecher, Nudelholt, das Chameleon, 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 Auge. Wasserhahn. Maske. Wasserhahn. 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 Brot Tannenbaum und ich weiß leider nicht was Macherkappen Ah, ah, ja, der Lebe Holzstämme Schlüssel dafür Scheiße Holzstämme Spalten Machen wir mal ein bisschen Ich glaube so viel hatten wir in der kompletten Folge nicht Da ist doch ein Engel Schriftrolle Fächer Ruderschwarm Die Lilie Besen Koppel und Käfer Engel Der Spaten Der Holzhammer Die Flasche Ein Geweih Aber hier noch die Kiste Dort ist nämlich auch noch was drin Das ist doch nett Das Auge Das ist nicht das Fernklar Wir haben das Der Wachstämme Die Knochen ist an den Eindopf und da Eine Knochen ist an dem Eindopf und da Die Knochen ist an dem Eindopf und da da oben ein schau wieder zurück wieder dahin mit nur zwei schocken oder was ein erster die kunden gut zu wissen und da wurde ich nicht hin und dahin Nö. Hier. Auch nicht. Auch hier verloren. Hier. Ah, ich muss erst schärfen. Ah, okay. Deswegen hab ich den rumgeschickt. Null. Jetzt hab ich eine scharfe Axt. Oh Gott. Hacke ich die Holzstämme zum Scheiten. Tippe wenn die Axt über dem Spalt im Holz befindet. Null. 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 Fack! also wird auf jeden Fall kalt kopf gott nicht daran so schwer Ja. Jetzt auf. Brennholz. Ich brauche endlich mal das Feuerzeug hier. So, mit diesem schönen Feuer verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Wochen. Tschau.